so funktioniert alles eigenwerbung am hochzeitstag das ist das thema unangemessen ja oder nein wie kann man das elegant lösen welche möglichkeiten gibt es diese frage wurde gestellt in unserer facebook gruppe wenn du nicht in der facebook gruppe bist unter diesem video findest du einen link da es auch die facebook gruppe verlinkt ist die größte facebook gruppe rund um das thema hochzeitsfotografie im deutschsprachigen raum ist kostenlos kommen also unbedingt dazu die frage die dort gestellt wurde und die wurde viel diskutiert lautete liebe community wie handhabt ihr das mit eigenwerbung bei einer hochzeit verteilt ihr visitenkarten auf den tischen oder hat der ein oder andere eine andere schlaue lösung und da gab es der tenor war und da waren sich alle einig lasst das mit den visitenkarten auf den tischen man muss ja sagen ich habe das gesehen in den letzten zehn jahren auf hochzeiten auf einigen hochzeiten dass das etwas übliches ist bei einigen hochzeiten dass da visitenkarten flyer verschiedener dienstleister auf den tischen lagen und da habe ich damals schon gedacht ich empfinde das ein bisschen als übergriffig ich verstehe dass es auf bestimmten hochzeiten sehr sehr üblich ist aber ich kann ja hier natürlich nur vorrangig über meine hochzeiten über unsere hochzeiten sprechen und ich würde auch gern das thema darauf ausrichten auf hochzeiten die sehr hochpreisig sind auf hochzeiten die sehr gut geplant sind wo man wert legt auf jedes detail speziell natürlich was die dekoration angeht auf unseren hochzeiten gibt es planer teams die messen mit maßband den abstand zwischen den tellern dem besteck den tischen den stühlen und all diese dinge also da gibt es sehr viele leute in die stundenlang an diesem setting bauen wenn ich da also jetzt einfach mal meine visitenkarte dazu packe dann wären die recht sauer das heißt in meinem fall und auf bestimmten hochzeiten könnte das auslegen von flyern und visitenkarten egal wo ob auf der bar oder auf dem tisch in meinem fall würde das wahrscheinlich dazu führen dass ich keine hochzeiten mehr bekomme also ich würde das gegenteil von dem erreichen was ich da versuche zu erreichen die frage ist doch welches ausmaß ist denn okay und das hängt eben sehr von der hochzeit ab es liegt ja sehr viel zwischen ich bin positiv und lächle am hochzeitstag und ich lege flyer oder visitenkarten aus beides wird empfohlen und beides kann natürlich zu folgebuchungen führen ich kann eine tolle ausstrahlung haben da haben gäste noch nicht ein foto gesehen aber einfach weil sie das gefühl haben das ist ehrlich das ist positiv der lächelt immer ist eine tolle ausstrahlung den hätte ich auch gerne auf meiner hochzeit fotos sind ja erstmal nachrangig die kann ich mir später anschauen aber ausstrahlung sozusagen das minimum die die grundvoraussetzung und das lauteste was wir wohl machen können wäre uns zum beispiel bei einem gruppenfoto vorzustellen und zu sagen jetzt wo ihr alle einmal da seid ich bin übrigens der fotograf das machen ja ganz gern auch mal djs so vor oder nach dem ersten tanz dass die sagen so jetzt ist richtig los ich bin übrigens dj xy hier ist meine karte und meine website oder mein insta und dann läuft das vielleicht da noch irgendwo mit so mit so einem reklame board durch also es gibt sehr viele laute möglichkeiten laut wäre zum beispiel auch die eigenen fotos zu präsentieren am hochzeitstag in irgendeiner form das gibt es ja man kann also fotos während eines längeren hochzeitstages bearbeiten speziell wenn du mit einem second shooter arbeitest oder wenn du deinem team zu zweit arbeitest du also dich nicht trennen muss zwischen hochzeits geschehen und ich bearbeite schnell ein paar bilder also wenn du zu zweit bist kannst du den second shooter mitnehmen dann kannst du natürlich dem beauftragen fünf bis zehn fotos vielleicht 20 30 schnell zu bearbeiten in lightroom mit einem preset die auswahl dafür die kann man am hochzeitstag machen wenn es eine rating funktion gibt auf deiner kamera und wie gesagt das nutzen sehr sehr viele dass sie während des hochzeitstages ich mache das auch wenn ich das gefühl habe der das foto ist mir gelungen ich sehe es kurz in der rückschau am display ich drücke rate und es ist in dem moment bewertet wenn ich jetzt also diese karte rüber ziehe in lightroom das ganze öffnen dann ist dieses foto bewertet und das was wir dann häufig gemacht haben ist wir haben die bewerteten fotos das waren dann vielleicht 10 20 die haben wir mit einem schwarz weiß preset bearbeitet also wir haben es uns leicht gemacht damit es schnell geht und haben die ausgedruckt am hochzeitstag ja mal so einen kleinen mobilen das musste einen canon selfie hieß der drucker gehabt der ist recht klein der braucht strom und dann haben wir fotos ausgedruckt und haben die direkt dem brautpaar gegeben als wir gegangen sind oder am hochzeitstag oder was auch immer und davon gibt es weitere versionen man kann das ganze am laptop zeigen man kann diese fotos per whatsapp schicken also ich kann am hochzeitstag schon fotos ausliefern in irgendeiner form und das wäre sicher auch eine sehr laute form der 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 eigenwerbung natürlich sicher eine sehr effektive weil das die einzige form ist an dem gäste fotos sehen die an diesem tag entstanden sind das ist etwas sehr effektives natürlich aber möglicherweise auch unangemessen auf bestimmten events wir waren also auch auf hochzeiten wo wir das dann gemacht haben wo uns dann gesagt wurde es ist jetzt vielleicht nicht gerade passend weil wir essen ja gerade und die fotos sind uns jetzt nicht so unglaublich wichtig wie wir dachten in dem moment das könnte dann recht schnell sehr unangenehm werden wir haben also irgendwann aufgehört und ich habe auch das gefühl dass natürlich ich jetzt sehr in den ablauf eingreifen würde in dem moment wo ich sagen würde jetzt gucken wir uns mal ein paar fotos an das heißt auch davon haben wir haben wir abgesehen aber sehr effektive methode und funktioniert auf bestimmten hochzeiten genauso wie es auf bestimmten hochzeiten funktioniert visitenkarten flyer an der bar oder irgendwo auszulegen das sind also eher laute methoden von denen wir bei den hochzeiten die wir aktuell machen absehen und jetzt fragst du dich vielleicht wenn du wenn du irgendwo hin möchtest also wenn du auch hochzeiten machen möchtest die sehr detailverliebt sind die sehr viel wert legen auf die auf die planung und auf diese details wenn du dahin möchtest dann halte ich es für klug dich auch sofort so zu verhalten wie es nötig wäre auf dieser hochzeit also aktuell bist du möglicherweise auf hochzeiten von denen du sagst da möchte ich nicht mehr sein dann ist in meinen augen der erste schritt dich anders zu verhalten damit gäste auf den hochzeiten das sehen die möglicherweise anders heiraten die dich sehen auch bei ihrer hochzeit das klang jetzt unglaublich wild formuliert aber so schnell wie möglich dich so zu verhalten wie du dich verhalten müsstest auf einem event auf dem du zukünftig sein möchtest ist glaube ich der schlüssel um schneller an dein ziel zu gelangen also wie kann man konkret für sich werben an einem hochzeitstag der sehr detailverliebt geplant wird das ist ein kleinster gemeinsamer nenner von allen dienstleistungen oder produkten die teuer sind etwas teures ist häufig detailverliebt nur eine teure uhr kaufst sie oft handgemacht wenn du ein hotel besuchst das sehr teuer ist dann wird dir auffallen dass in diesem hotelzimmer wasser bereitsteht für dich weil das etwas selbstverständliches ist dass man wasser zur verfügung stellt wenn man gastgeber ist dass dort vielleicht eine kleine schüssel obst steht dass da vielleicht ein kleiner zettel steht wo drauf steht hallo herr xy oder frau herzlich willkommen du wirst du wirst gut ungebordet sozusagen du weißt findest dich zurecht du weißt wo in diesem hotel ist was genauso wenn du in ein gutes restaurant gehst du wirst begrüßt professionell du bekommst dinge vorgestellt empfohlen es wird mit dir darüber gesprochen das heißt diese detailverliebtheit zieht sich durch durch dinge für die man viel geld bezahlt und das ist so bei hochzeiten für die die kunden und kundinnen hohe budgets zur verfügung haben das heißt wie es bereits gesagt habe die dinge wie details aber auch das verhalten oder die outfits der dienstleister die spielen eine rolle ich dachte früher das ist ja alles nicht so wichtig und ich kann das alles machen wie ich das möchte nee es spielt eine rolle umso umso höher preisiger eine hochzeit geplant wird das heißt der spielraum um eigenwerbung zu machen für uns am hochzeitstag der ist recht begrenzt wir können aber definitiv und das ist der erste punkt immer lächeln wir können immer egal wie stressig es ist eine positive ausstrahlung haben wenn wir beobachtet werden wenn wir arbeiten versuchen wir immer eine positive ausstrahlung zu haben zu lächeln den gästen dem gästen blickkontakt zu halten wenn sie uns anschauen zu lächeln zu zu nicken hallo zu sagen diese dinge erachte ich als selbstverständlich und das kann dazu führen dass man weiterhin im rennen ist für folgebuchungen einfach wenn man diese mindestanforderung auf solchen events erfüllt nämlich eine positive grund ausstrahlung machen wir es mal wieder konkret und übertragen das mal wieder auf ein anderes beispiel zum beispiel auf einen kellner in einem sehr guten restaurant oder auf einen mitarbeiter in einem hotel was sehr viel geld gekostet hat wir erwarten von diesen personen dass sie uns an lächeln wenn wir reinkommen wenn sie uns ansprechen wir erwarten von ihnen eine recht positive ausstrahlung und das ist etwas was wir übertragen können auf die hochzeitsfotografie der zweite punkt wäre eine angenehme zurückhaltung man wäre nicht übergriffig als ein solcher kellner oder ein solcher mitarbeiter oder ein solcher verkäufer in einem in einem in einer mode boutique wo sehr teure handtaschen verkauft werden man wäre freundlich aber hätte eine positive ausstrahlung aber man wäre nicht übergriffig man würde nicht zu viel reden man würde nicht zu viel eingreifen man wäre bedacht mit den dingen die man sagt oder formuliert das gegenteil davon wäre zum beispiel sehr trampelig zu sein einfach lauflos zu reden was man eben so denkt das finde ich gut das finde ich schön das hätte man ja so machen können heute ist es ja alles so und so auf dem weg hierher ist das und das passiert das ist etwas was wiederum seinen platz hat auf anderen hochzeiten machen wir uns nichts vor es gibt hochzeiten ich habe leute kennengelernt einfach so privat die gesagt haben wir haben geheiratet da war ein fotograf das war total super der die ganze zeit geredet der hat sich vorgestellt der hat die ganze zeit uns unterhalten witze gemacht und die waren total begeistert davon und die und andere empfehlen den weiter und der wird sich immer in dieser art hochzeitsmarkt bewegen und weiterempfohlen und das ist alles super das heißt alles ist irgendwo möglich und ich sage nicht jeder muss jetzt sich so verhalten wie ich das finde sondern ich sage wie ich es für richtig empfinde wie ich mich auf den hochzeiten verhalte für die wie gebucht werden und das bedeutet und da zähle ich zu diesen grundeigenschaften eine positive ausstrahlung und eine angenehme zurückhaltende art das heißt ich stehe lieber da lächle und stimme zu als dass ich mich zu weit aus dem fenster lehne und möglicherweise dinge sage die unangemessen sind und diese dinge die unangemessen sind die sind manchmal die passieren mir natürlich auch und die passieren viel schneller als man denkt und die sind manchmal so unscheinbar dass ich mir denke das also wie sensibel muss man sein ich habe zum beispiel auf einer hochzeit gefragt weil ich wusste es gab einen streik an einem flughafen die hochzeit war dann auf mallorca und dann habe ich recht schnell nach der begrüßung das brautpaar gefragt haben es denn alle gäste geschafft zur hochzeit und ich dachte schon in dem moment ist es so unsensibel wieso fragst du das denn und die antwort war natürlich dass die beiden direkt so leider nein und die familie und fehlt noch und ist super traurig und die sind natürlich super wichtig und der flug wurde gecancelt und so und ich denke mir wie unsensibel das zu fragen und das meine ich mit die linie die ist ganz ganz fein und dann ist es klüger sich zurückzunehmen diese frage einfach nicht zu stellen weil es ist nicht relevant für meine arbeit ob alle da sind das interessiert ich weiß ich kenne ja diese leute über ich halt einfach versucht ein gespräch zu führen und das muss man das hätte ich klüger lösen müssen der dritte punkt sind kurze gespräche mit gästen und das ist small talk also ruhig die gäste auch begrüßen und zeigen dass man in der lage ist ein ganz kurzes freundliches gespräch zu führen für mich beschränkt sich das meistens auf hallo zum ersten mal in italien woher kennt ihr das brautpaar wo lebt ihr das sind meistens so die die themen zu viel wäre sicher wo habt ihr euch kennengelernt das wäre vielleicht auch übergriffig einfach zu viel zu persönlich würde ich mir denken wenn mich das jemand fragen würde oder politik oder alles was irgendwie wo wo es meinungs wo es meinungen zugibt das versuche ich fernzuhalten aber nichtsdestotrotz diese kleinen gespräche die öffnen türen nicht nur zu möglichen besseren fotos weil die ja merken ah die sind okay kann man kurz reden und nach diesem kurzen zweiminütigen dreiminütigen small talk frage ich auch meistens kann ich schnell foto von euch machen und dann gehe ich mit denen zur seite mache foto von denen und das funktioniert viel viel besser als direkt zu sagen kann ich ein foto von euch machen ist so ein bisschen mit der tür ins haus fallen manchmal ist es okay man kann die gäste ja im laufe des tages immer besser einschätzen aber manchmal ist der türöffner um im laufe des tages einen leichteren job zu haben eben ein kurzer small talk auch wenn ich mich unwohl fühle hilft mir das einfach dieses ganz kurze hallo sagen und das wiederum hat auch schon dazu geführt dass wir gebucht wurden weil wir einfach ein die wir einfach diese dieses eis gebrochen haben recht schnell positive ausstrahlung zurücknehmend sensibel sein nicht übergriffig sein aber dennoch auch kleine gespräche führen nicht zu viel wir wollen ja nicht quatschen am hochzeitstag sondern es ist wirklich ein findet ihr es das erste mal der tolle ort tolles wetter tolle hochzeitsgesellschaft ja ich mache das schon seit zehn jahren danke dann habt noch einen schönen tag wir sehen uns sicher das ist meist so dass was was drin ist und auch nur wenn es natürlich zeitlich machbar ist wenn es nicht gerade wenn irgendwas passiert oder so außerdem halte ich es für klug empfehlungen zu geben wenn das foto dadurch besser wird gäste und und kunden schätzen das wenn du also angesprochen wissen das passiert häufig von gästen die sagen kannst du ein foto von uns machen dann das foto nicht einfach zu machen weil die stehen ja nie gut nie ist der hintergrund gut nie stehen die in einem guten licht das heißt man sagt kurz ich mache das gern von euch lasst es uns schön machen kommt doch kurz mit rüber stellt euch hierhin paar meter weiter wir haben schatten der hintergrund ist schön sind keine menschen drauf keine schirme drauf wenn wir einmal ein foto von euch machen machen wir es direkt gut und das kann man übertragen auf getting ready auf das paar shooting das du immer sagst angenehm zurückhaltend aber ich empfehle wir machen es so oder wir machen es da und gäste und kunden werden das zu schätzen wissen diese empfehlungen du bist der profi du weißt was nötig ist um schöne fotos zu machen du strahlst dadurch kompetenz aus bist hilfreich und die ergebnisse werden besser der letzte punkt den ich für wichtig halte um nicht negativ aufzufallen ist der dresscode es gibt ganz seltene fälle in denen du mit all black also komplett in schwarz gekleidet negativ auffallen würdest zum beispiel wenn es eine all white hochzeit wäre oder ein welcome abend oder was auch immer aber in den meisten fällen und wenn du mal umschaust in in teuren modegeschäften all black sehr sehr häufig oder in der gastronomie andere dienstleister auf solchen events oftmals all black all black ist immer elegant es ist zurücknehmend und es ist ein erkennbares zeichen ich ordne mich diesem event unter und das halte ich für sehr sehr angemessen das heißt wir raten unserem team wenn wir im team arbeiten oder auch wenn ich alleine hochzeiten fotografiere dazu dann gehe ich oder das ganze team wir gehen in all black das gilt auch für die schuhe keine turn schuhe keine keine weißen also eher nichts was was sehr auffällig ist was was sehr sportlich aussieht das passt bei manchen hochzeiten trage ich es auch manchmal noch wenn ich das gefühl habe dass es hier überhaupt kein problem das ist ein ganz ganz lockeres event aber dafür muss man sensibel sein ich versuche einfach dieses event zu wertschätzen und nicht zu laut zu sein das ist glaube ich der kleinste gemeinsame nenne aller fünf punkte die ich gerade genannt habe es gibt eine große bandbreite aber wir haben in den letzten jahren immer wieder gemerkt dass dieses verhalten diese fünf punkte die ich gerade genannt habe kombiniert mit guter arbeit und auch gutem marketing das danach noch passiert also wie erleben die gäste dann die fotos die wir gemacht haben wie sehen sie sie das in kombination erhöht deine chancen weiter empfohlen zu werden aber wie alles ist es eine ganz ganz feine linie und ich glaube wer sensibel ist dafür der macht das schon ganz richtig bin gespannt auf deine meinung und wie du das handhabst wir sehen uns handhabst handhabst wir sehen uns nächste woche